Ja, hier die Serie Hollywood von Martin Schöller. Ja, Hollywood, was lässt Hollywood als erstes eigentlich vermuten? Was denkt man, sieht man jetzt? Was würdest du sagen? SchauspielerInnen, Promis. Ja, Glamour, tolle Models. Ja, aber auch da, ja, es spielt der Titel eben genau mit solchen Assoziationen, die man erst mal hat. Hier geht es nämlich um Best Hollywood, nämlich also die Rückseite oder die andere Seite davon. Martin Schöller hat hier auf der Straße Menschen fotografiert, die dort als Sexarbeiterinnen arbeiten, quasi so zu der untersten Schicht gehören, die man kennt. Er hat mit den Menschen Kontakt aufgenommen, wieder über eine Organisation, die sich um diese Frauen hier kümmert, die als Transgender Frauen anschaffen, dort auf den Straßen stehen und auch tatsächlich schwer zu fotografieren sind, weil die so beschäftigt und nachgefragt sind, dass man die kaum vor die Kamera gekriegt hat, so wie er es erzählt hat. Er hat sie natürlich bezahlt dafür, dass sie für ein Modell gesessen sind und hat dort vor Ort mit seiner Ausrüstung sie fotografiert. Ja, diesmal nicht ganz so, wie man es in anderen Serien von ihm kennt. Sie haben eine unglaublich Aussagekraft, eine Hürde, eine Persönlichkeit und sind eben nicht so Stereotyp nebeneinander Vergleichsobjekte, sondern einzelne Persönlichkeiten, also wichtig war. Er unterstützt diese Organisation auch, auch indem er Fotos, die aus der Serie verkauft werden, komplett dann mit dieser Organisation zukommen lässt, also den Preis der Fotos und arbeitet auch hier wieder oder was ihn hier auch wieder fasziniert, ist eben diese Transgender-Thematik, die ja immer in irgendeiner Form oder immer wieder in irgendeiner Form sein, aber eben auftauchen. Diesmal halt in einem ganz anderen Milieu als Beispiel bei den Drag-Queens. Ja, was mir gar nicht so klar war, ist auch, dass es auch da in dem Milieu so einen Markt dafür gibt. Ja, eigentlich ist es, wenn man sich da reindenkt, auch klar, aber es hat mich schon irgendwie auch erstaunt, also dass es anscheinend für Menschen, die eben nicht eindeutig festgelegt sind und eben noch eine unglückliche Geschichte haben, dass, ja, eine Lösung ist, damit zu überleben. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Den Markt, den Markt meinst du jetzt, die Prostitution? Ja, also dass sie alle ja Sexarbeiterinnen sind, die anscheinend, so wie er das eben erzählt hat, dass sie kaum Zeit haben für ihn, also da Modell zu sitzen, obwohl es auch bezahlt wurde. Ja, dass da so eine Nachfrage ist. Wobei also auch wieder von Dokus und so Prostitution in Amerika noch mal einen ganz anderes oder einen viel höheren Stellenwert hat als in Deutschland, weil es dort eben so eine Art Traum ist vieler amerikanischer jugendlichen Menschen, die sagen, ich breche die Schule ab und mein Traum ist es, mit Sex Geld zu verdienen. Und wie grauenvoll das Pflaster ist, erfahren die dann halt erst später. Aber dass viele das als leicht verdientes Geld sehen, was halt gar nicht so ist, zumindest in der Doku, die ich halt mir angeschaut habe, dass eben viel mehr Leute in Amerika das halt auch, also dass es eben ein viel größeres Geschäft noch mal ist als eben hier oder beziehungsweise eins, worüber viel offener auch geredet wird. Also ich glaube, dass Prostitution ja immer ganz stark verschränkt ist mit einem sozialen Status, den du hast, beziehungsweise den du nicht hast und der natürlich auch mit den Unmöglichkeiten, auf anderen Wegen Geld zu verdienen, zu tun hat. Also und der auch immer wieder viel mit Migration zu tun hat. Also das ist ja irgendwie hier nicht anders als wahrscheinlich in Amerika oder mit Menschen, die eine andere, sagen wir mal, medizinische Versorgung brauchen, weil sie irgendwie in einem Körper sind, der nicht der Körper ist, den sie aber fühlen. Also weil es bei Transsexualität ja der Fall ist. Und dass das natürlich zu einer Verkettung dann auch führt von einer sozialen Situation, an deren Ende dann irgendwann die Prostitution steht, ich glaube nicht, dass es so viel in diesem Fall jetzt explizit damit zu tun hat, dass es in dem Sinne überlegte oder selbst gewollte Möglichkeit ist, schnell Geld zu verdienen oder sowas, sondern das genau ist die ist die Realität derjenigen, die nicht in ein bestimmtes Schema passen, das eine Normalgesellschaft parat hat. Und natürlich mit diesen ganzen Schwierigkeiten der medizinischen Versorgung und dem nicht vorhandenen Gesundheitssystem oder Krankenkassensystem, wie wir das halt hier kennen. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist vor allem in dem Fall nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Also dass die sich im wahrsten Sinne des Wortes ihren Körper, so wie sie ihn hier haben, halt verdienen müssen.